Futsal-Finale im BFV-Pokal. Der FC Liria empfängt den FK Sirbia. Liria scheiterte vor drei Wochen in der Deutschen Meisterschaft erst im Halbfinale am späteren Sieger Weilemdorf und geht auch deswegen als klarer Favorit in dieses Finale. Also anschnallen, los geht's! Erste Spielminute und schlechter kannst du in so ein Finale nicht starten. Der Keeper verlässt das Tor als weitere Anspielstation und Hiseni schiebt den unbedingt ins eigene Tor. Ein Fehler, der einem nicht unterlaufen darf. So der Favorit früh hinten. Und für Liria geht es nicht besser weiter. Erster Tunnel, zweiter Tunnel, dritter Tunnel! Milos Lukic vollendet die Tunnel-Kombo gekonnt. Da passt hinten gar nichts und so steht es 2 zu 0 nach 5 Minuten. In der Liga waren sie Liria noch zweimal deutlich unterlegen. Hier legt Sirbia aber richtig gut los. Besserung ist für Liria auch erstmal nicht in Sicht. Konrad mit dem Katastrophenpass. Den nutzt Sirbia wieder eiskalt aus. Rados Savic schlägt zu. Nur eine Minute nach dem 2 zu 0 erhöht der Herausforderer auf 3 zu 0. Und weiter geht das Fehlpass-Festival. Ballverlust im Aufbau, 3 gegen 1 Situation und da ist Sirbia heute eiskalt. Markovic nach 8 Minuten zum 4 zu 0. Bei Sirbia passt heute einfach alles zusammen. Kampflos will der FCL dieses Spiel aber auch nicht abschreiben. Mal ein Ballgewinn vorne und dann zeigen sie, was sie können. Rätschepi mit dem feinen Füßchen über sich zu Zabattest. Draußen spielt er beim Berliner SC und hier bringt der Liria nach 12 Minuten das erste Mal auf die Anzeigeteifel. Und dieser Treffer tut den Gastgebern gut. Endlich mehr Sicherheit, der Ball läuft schön durch die eigenen Reihen. Klasse Direktpass-Kombi und da ist das 2 zu 4. Schöne Kombi und der Doppelschlag für Liria. Murat Tass macht es hier. Er spielt seine 3. Saison für Liria und hier mit diesem schönen Treffer nach schöner Kombination lässt er die Hoffnung wieder aufkeimen. Sirbia hatte sich kurz zurückgezogen, 2 Tore kassiert, also muss es wieder nach vorne gehen. Und da klappt es heute einfach richtig gut. Und wenige Sekunden nach dem zweiten Gegentreffer folgt durch Alexander Bilbia, der fünfte Treffer und damit das 5 zu 2. Rein in Abschnitt 2 und der startet für Liria wieder mit dem Gegentor. Ein haarsträubender Fehlpass im Aufbau und den nutzt Milotz Lukic zum 6 zu 2. Sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. Und das Fehlpass-Festival hört bei Liria nicht auf. Despo hält seinen Fuß dazwischen, Doppelpass mit Savage. Der haut das Ding einfach mal unhaltbar neben den Pfosten. Für Rados Savage auch schon der zweite Treffer in diesem Spiel und in der 24. Minute das 7 zu 2. Was den Unterschied an diesem Tag ausmacht, zeigt diese Szene. Silvia zwar hinten unter Druck, kann sich aber klasse befreien und direkt den Konter laufen. Und das machen sie heute richtig gut. Milos Lukic legt wieder zu, lupft das Ding in den Winkel, markiert seinen dritten Treffer und damit das 8 zu 2. Nächste prägnante Szene. Abwurf Brasanac zu Gül. Die Fehlkommunikation hinten. Und dann ist der Ball schon wieder drin. Das ist dann einfach zu einfach. Liria in der Abwehr mit einem raben schwarzen Tag. 9 zu 2. Silvia hat aber lange noch nicht genug. Vor allem einer. Er hier. Milos Lukic. 30. Minute. Jetzt war es dann doch zweistellig. 10 zu 2. Und der 4. Treffer von Lukic in einem Finale. Das kann sich durchaus sehen lassen. Und die Unstimmigkeiten zogen sich weiter durch das Spiel des Favoriten. Der Ball zu ungenau. Aber Ritschepi kann den gerade noch vor der eigenen Linie klären. Verhindert das zweite Eigentor. Ein wenig Ergebniskosmetik war dann noch drin. Um mit Sabadez zum 3 zu 10. Sein zweiter Treffer. Aber das dürfte den Angreifer natürlich nicht wirklich zufriedenstellen. Auch der FC-Kieber Gödel schaltet sich am Ende nochmal vorne ein. Verliert allerdings den Ball. Und dass das schnelle gegen andere funktioniert, hat Serbia heute ja schon mehrfach bewiesen. Auch hier wieder. Miroslav Bilbia darf auch nochmal. 34. 11 zu 3. Mit so einem deutlichen Ergebnis hätte wohl keiner gerechnet. Schluss ist aber immer noch nicht. Hissini sieht keine Anspielstation. Zeigt dann halt nur selbst, was er kann. Und der ist richtig schön. Wunderschöner Treffer zum 4 zu 11. Davon hätte man sich heute aus Liga-Sicht natürlich deutlich mehr gewünscht. Nun mal eine der wenigen Unsauberheiten im Aufbau der Gäste. Bilbia verliert den Ball. Und Sabadez schlägt zu. 5 zu 11. Immerhin für ihn der Hattrick an diesem Tag. Das Tor ist dann auch der Endstand. Liria verliert am Ende deutlich gegen Serbia mit 5 zu 11. Die zwar überraschend, letztlich aber dank einer konzentrierten Leistung verdient den Pokal holen. Wenn man so schaut, von Anfang an hat Liria Pech gehabt mit dem eigenen Tor. Und hat sich irgendwie weitergezogen für die. Wir haben immer irgendwo wichtige Momente, wichtige Tore geschossen. Und für mich auch persönlich überraschend mäßig richtig, richtig zu hoch. Wir haben auch Glück, dass wirklich heute alles gelaufen ist. Und wenn alles zusammenläuft, holt man am Ende auch den Pokal. Glückwunsch an den neuen Berliner Futsal-Champion FK Serbia. Oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.